Heute im Test von Veko Feuerwerk die Rising Stars in der Version Silber mit einer NEM von 250 Gramm, also 250 Gramm Effektladung. Das Ganze produziert von Bugano in der Schweiz und dann importiert von Veko Feuerwerk nach Deutschland. Hier sieht man es nochmal gut, Schweizer Vulkan Bugano. Eine Effektdauer von ca. 50 Sekunden und eine Effekthöhe von ca. 6 Meter. Hier, wie schon erwähnt, der Silbervulkan sollte dementsprechend ein reiner Silbervulkan ohne irgendwelche Extras sein. Schauen wir mal hinten. Rising Stars Silber, Schweizer Supervulkan in Klammern Fontäne. Eingestuft in die Kategorie 2, schon mit der F2-BAM-Nummer. Und zwar ist das die BAM F2-0191. Ansonsten haben wir hier unten die NEM von ca. 250 Gramm und ein Bruttogewicht von ca. 400 Gramm hergestellt, wie schon erwähnt, von Bugano in der Schweiz. Und dann die Einfuhr von Veko Feuerwerk. Ansonsten, super Vulkan, 1A verarbeitet. Das ist richtige Qualität. Schauen wir nochmal oben. Hier wieder mit einem kleinen Vorbrenner. Bin mir gar nicht sicher, was für eine Farbe der Vorbrenner hier hat. Ich denke mal ganz klassisch Rot. Aber wie gesagt, weiß ich jetzt nicht genauer, würde ich sagen. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.